Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von TinyCraftAttack Und ich jetzt mal gerne Game Mode Survival Heute sind wir da mehr aktiv Man kann ja nicht halt runter, sondern wir legen am besten mal hier Die Sachen so umhalten, mit dem Bett und so Und ja, dann wie ich sagen Das schreiben wir mal so als Titel Der Boss oder sowas Der hier Und der Boss Streetmaster Ich hab mal so einen Grupp und so genannt ne Da haben wir das Streetmaster Gut, ähm Da nehmen wir das mal oben hier Wo kommt denn das Bett hin? Kein Plan Da ist der Ofen Da will ich nicht schlafen Wenn wir mit hier in die Tür dann ist das bisschen kalt wenn die Tür so offen steht hier Ich würde sagen, ich lege mein Bett hier so hin Ich lege mir so nach Zum Schrank Ich lege mir so ein bisschen mit B-Nut aus Ich lege mir so ein bisschen mit B-Nut aus Das sind wieder Boote ey, das sind immer normal Das sind immer normal Das sind immer normal Ich hab einfach 60 Eisen ohne einmal gefarmt zu haben Oh Mann ey Oh Mann ey Der Ofen war jetzt aber auch nicht mehr ne? Theoretisch Theoretisch Der kann dann müssen gleich mal hier hin Und die Kiste? Wo kommt die hin? Keine Ahnung Woher nur Darko Boote ey, Mann Ach Werden die Sachen einsammelten, ne? Boah Ist aber eigentlich aufs Maul Dann will ich das mal hier lieber geben Eier, wie ein Boot hab ich denn? Habe ich doch grad Habe ich doch grad Lass uns alles mal weg hier erstmal alles ausholen Weiß ich, ist doch schon wieder voll Und was war ey Bam Was? Da warst du mich natürlich nicht einig Gäste Warum sag ich die Darko Boote ey? Das ist das Wichtigste Ich brauch die Darko Boote überhaupt nicht Ahja Komm weg Ich brauch nicht alle ey Das war gesagt, ich soll die behalten Weil's Wie viel mehr Teilen gekostet hat Ich kann ich nicht mehr hier aufbringen Der Unterhalt hier Der Unterhalt hier Bei dem Garten Der Wassergarten da hinten Wo kommen die hin? Muss immer so ein Treffer nach unten bauen Sondern Aber immerhin habe ich jetzt ein bisschen was umgeräumt Das heißt ich war ultra produktiv So Und jo Okay Dann Was machen wir als nächstes? Keine Ahnung ey Ich muss hier mal was hinten tun in die Mitte so ne? Was kann man hier so hinbauen? So ein Brunnen wäre lustig Ich hab jetzt mal eine Idee Ich hab jetzt mal ein Wasser Eimer Ich hab jetzt mal ein Wasser Eimer Ich hab jetzt mal ein Wasser Eimer Erstmal einen schönen Wasser Eimer Perfekt Das ist das Wichtigste Äh Ein bisschen Holz craften Vielleicht auch mehr Küsten machen Wer ist mit diesem Holz hier ey? Ein bisschen Küsten Wer ist mit diesem Holz hier ey? Ein bisschen Küsten Können auch irgendwie sowas hier machen Können auch irgendwie sowas hier machen Ein bisschen im Boden Was runterraben so Blöde Sand Erinnert Erinnert so ein bisschen an Mini-Craft-Vec Zwei damals noch immer Das ist ein Sand Ich glaube hier hat hier so ein Lagershaus hin Na dann Ich kann ja so Zäune dran Umsetzen Also Moment So Wenn ich da guck Wenn sie es nehmen Wenn sie es nehmen Schauen Schauen Natürlich fehlt wieder ein einziger ey Es ist so eine Verarsche ne Es ist so eine Verarsche ne Es ist so eine Verarsche Ach das sowas hier ey Ein kranker Mix Es ist so interessant Jetzt wird der Sand Soll alles noch auskleiden ne Auch wieder witzig ey Okay, da kommt halt hier so ein Lager hinten. So ein kleines. Nur so ein Lager. Ich hab ein bisschen Angst, dass vielleicht alles überflutscht wird. Ich kann mich echt gut vorstellen. Okay, da ist ein Kacke. Ist auch ein Kacke. Was ist auch ein Wauw. Ich glaube wir haben uns gesehen Das ist jetzt nicht das geilste Zeichen Da muss Wasser drüber sein Kommt so viel Wasser hier rein Ich bin mal Wasserpartikel Noch nicht Ich kann es als Laker reichen Ich hier noch einmal so Ich hab's geahmt Ich hab's gewusst Die scheiß Spitzhack auch kaputt Oh, ich hab mit einen neuen Spitzhack dabei Ich hab's geahmt 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 Ich hab's geahinté Ich hab keine andere Wahl Gut, dann wäre es das gewesen von der Folge TinyCraftAttack Ähm... Ich mach jetzt mal noch was voriges hier, ne? Ja, zum Durchschmelzen Ich kann auch nicht, ich dachte jetzt irgendwie noch alles noch was gehabt Ich hab ja nie gefahren, ne? Ich hab ja nie gefahren, ne? Ich hab ja nie gefahren, ne? Ich hab ja nie gefahren Ich hab ja nie gefahren Hab ich mal was? Ich hab die Idee Die nicht verschwendet werden Ich glaub das funktioniert Jetzt mach mal hier in die Boote so rein Und dann... Was? Brauch ich auch hier rein und dann... Kann das damit so ne... So ne... So benutzt werden Und dann... Wird das auch nicht verschwendet Weil ich halt einen guten Nutzenfirm davon gehabt Gut, dann wäre es das gewesen Was? 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 Ich hab mir gefallen Aber wem vielen gesehen Oh tschüss